Hallo und herzlich willkommen bei Transfer Insider. Ja, ich melde mich jetzt zwei Wochen nach unserem fünften Transfer Insider und es ist auch sehr wichtig, was ich euch sagen wollte. Vor zwei Wochen habe ich schon in diesem Transfer Insider meinen Tipp abgegeben, dass Upa Meccano in den nächsten zwei bis drei Wochen bei Bayern unterschreiben wird. Ja, und wenn Bayern es wirklich ernst meint, dass die ja in Aktion treten müssen und die haben es auch gemacht. Gestern in der Zeitung Upa Meccano unterschrieben für 42,5 Millionen auf fünf Jahre bei den Bayern. Also super, super Job gemacht. Muss ehrlich zugeben Respekt an das Management von Bayern München und an Hasan Salihamidzic. Genau das ist der richtige Zeitpunkt, die Planung für die nächsten paar Jahre voranzutreiben. Außerdem gebe ich am Ende dieses Videos noch einen Tipp, den ich fühle und wo ich mir sicher bin, dass da in diese Richtung bei den Bayern auch noch einiges getan wird. Außerdem, ja, es freut mich, dass ich euch dieses originale Transfer Insider Board zeigen kann, so dass auch alle vielleicht auch in unserem YouTube-Kanal nachschauen können. Das war der Transfermarkt Insider Nummer 5. Jetzt sind wir bei Transfer Insider Nummer 6. Und ich komme nochmal zurück auf ein Thema und das ist das Thema Alaba. Wenn wir schon bei der Nummer 6 sind, ich gratuliere auf dieser Stelle den 1. FC Bayern München an dem sechsten Titel in dem Jahr 2020. Sensationell. Ich denke, das Jahr wird man nicht so schnell vergessen. Und natürlich großen, großen Respekt an den Trainer und den ganzen Trainerstab, Hansi Flick und alle seine Mitarbeiter und natürlich die Spieler. Aber lasst uns mal weitergehen mit Transfer Insider. Hier habe ich ein Thema auch angeschnitten, dass bei Liverpool nicht beide Superstars, Van Dijk und Salah, über die Saison aus verlängern werden. Ich bin mir immer sicherer und sicherer, dass Salah Liverpool verlassen wird. Ihr wird sehen, in den nächsten zwei Monaten, maximal drei Monaten, wird ein Transfer von Salah zu einem anderen Spitzenverein stattfinden. Das sage ich jetzt mal so voraus, wie ich auch vorausgesagt habe, dass Upamecano zu den Bayern geht. Hier nochmal die Anschrift gestern in der Zeitung. Aber es gibt ja natürlich auch andere Themen. Damals habe ich auch gesagt, dass auch Chelsea, hier kann man sehen, Chelsea, Man City oder Man U, an Upamecano dran sind. Und es hat sich auch bewahrheitet, Liverpool und Chelsea wollten ihn auch haben. Aber Volker Struth, unser Kollege, Spielerberater hier aus Deutschland, hat ja das beste Gefühl gehabt, natürlich auch die Familie, dass der nächste Schritt in der Karriere von Upamecano einfach Bayern München ist. Daran nochmal Respekt und Gratuliere. Jetzt möchte ich aber auch auf das Thema Alaba eingehen. Ich habe euch auch schon gesagt, Alaba wird nicht zu Real Madrid gehen. Und ihr wird sehen, ich habe ja gesagt, wenn es in den nächsten zwei, drei Wochen nicht zustande kommt, dieser Transfer, dass Alaba in England enden wird. Ja, und bitte merkt euch meine Voraussagen. England, Alaba, Liverpool, Chelsea oder sogar Man U. Also Manchester United müsste jetzt eigentlich da zugreifen, weil Manchester schon jahrelang Probleme hat in der Abwehr. Und Alaba wäre ein optimaler Leistungsträger für Man United. Und Man U hat einfach Potenzial. Und ich finde auch vom Verein her, von der Tradition her, passt das auch zu David Alaba, weil er hat ja so viele Titel gewonnen. Und Man U ist ein Verein, der natürlich auch viele Titel schon gewonnen hat. Manchester City mit Pep Guardiola ist auch ein heißer Kandidat. Aber lasst uns mal überraschen, in jedem Fall, meine Voraussage ist, Alaba wird nicht zu Real Madrid wechseln, sondern nach England. Gut, ich wollte heute im Transfer Insider mit euch auch noch über ein Thema sprechen, was wir auch mit aufgegriffen haben. Und das ist, ja, Haaland. Was ist los mit Haaland? Bleibt Haaland beim BVB oder wechselt er jetzt schon im Sommer? Auch wenn er natürlich im nächsten Sommer eine festgeschriebene Ablöse hat, die sehr, sehr gering ist, bin ich mir sicher. Wenn der BVB so weitermacht, wie es jetzt im Moment in der Saison aussieht und es nicht schafft, Champions League Qualifikation zu erreichen am Ende der Saison und es sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus im Moment. Gestern haben sie ja auch unentschieden gespielt gegen Hoffenheim. Zu Hause nur 2-2. Dann prophezeie ich jetzt schon, dass Haaland wechseln wird. Hundertprozentig. Und da gehe ich sogar aus zu Real Madrid. Weil das ist ein Verein, der einfach bei Haaland zugreifen muss. Und er ist, sag ich mal, für ein, zwei Kategorien besser als Benzema. Auch wenn Benzema ein toller Fußballer ist und ein sehr guter Stürmer, finde ich, dass Real Madrid mit so einem Mann wie Haaland eine ganz andere Dimension erhält in den nächsten drei, vier Jahren. Deswegen spekuliere ich sehr hart, dass Haaland im Sommer bei Real Madrid landen wird. Aber ihr könnt es ja auch nachschauen in meinem YouTube-Kanal, aber auch auf LinkedIn, wie ich meine Videos von Insider, Transfer Insider immer wieder einpacke. Das ist der Transfer Insider 6. Schreibe ich jetzt nochmal dazu, dass wir es nicht vergessen. Batsch. Und noch ein Thema, sehr wichtig. Stürmer. Ich bin sicher, beim FCB passiert in den nächsten zwei Monaten noch etwas, was mit Stürmer zu tun hat. Ich bin mir sicher, der FC Bayern München wird noch einen Top-Stürmer holen, weil Lewandowski spielt schon seit drei, vier Saisonen alleine sozusagen auf dieser Position. Er hat so viele Pflichtspiele. Er ist mit der Zeit auch langsam aufgeregt und müde, auch wenn er einen super, super Fitnesszustand immer an den Tag legt. Denke ich mal, muss man einen richtig Top-Stürmer noch holen, weil wenn was passiert, verletzungstechnisch bei Lewandowski, ist Bayern München auf dieser Position zu, zu schwach aufgelegt. Und ich hoffe, in der Champions League, in den nächsten Quali-Spielen, gerade gegen Lazio, wird keine Verletzung stattfinden von Lewandowski, weil wenn das dann eintrefft, dann wird es sehr schwer sein, dass die Bayern ins Finale kommen und auch die Champions League gewinnen. Und ich denke, das ist das Ziel in dieser Saison 2021, weil die Meisterschaft ist schon sicher. Im Pokal sind sie ausgeschieden und eigentlich haben sie jetzt genügend Zeit, sich darauf zu fokussieren. Und wenn Lewandowski fit ist, wenn er Top-Top-Leistungen abrufen kann, dann denke ich mal, ist der Weg zum Finale in der Champions League fast sicher. Und den Sieg der Champions League kann man auch natürlich anstreben. Man weiß ja nie, wie das läuft, aber grundsätzlich finde ich, muss Bayern München in der Zukunft unbedingt sich auf dieser Position nochmal sehr, sehr gut verstärken. Okay, mich freut es, wenn ihr auch diesen sechsten Transfer-Insider angeschaut habt. Und wenn ihr noch das ein oder andere Kommentar unter dem Video schreibt, wird es mich freuen. Natürlich sind wir am Aufbau unseres YouTube-Kanals. Ich freue mich für jeden neuen Abonnenten. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch ja auch diese Serie mit Transfer-Insider gefällt, dann schreibt doch mal einen Kommentar rein oder teilt das Video mit euren Freunden, die sich auch interessieren, für Transfers, für Fußball oder für Spielerberatung. Ihr wisst ja, unsere Spa-Akademie, unsere Online-Ausbildung für Spielerberater wächst von Tag zu Tag. Ich bin auch ziemlich aktiv in der letzten Zeit auf Clubhouse. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei Clubhouse an und da könnt ihr auch mit mir persönlich sprechen und sich austauschen in unseren Clubhouse-Rooms. In dem Sinne, Gruß an alle Zuschauer und Clubhouse-Zuhörer und wir sehen uns bald bei meinem nächsten Transfer-Insider. Gruß von eurem Coach Keritsch. Dankeschön.